ARD Text im Auftrag von Funk Es geht hier raus Du hast meine Metallen, oder? Hier oben geht es, glaube ich, raus Siehst du mich? Ja Hey, auf geht es Ey, jetzt warte mal auf mich Ich will ja alle Sachen in Sicherheit bringen Warte, 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 bleib stehen, bleib stehen Bleib stehen Du kriegst noch deine, deine, deine Eisen Eisenpickacks? Ja, da Oh, danke schön Bitteschön Siehst du, ich bin auch keine Elster Da hängen auch viele Erinnerungen dran Boah, der Weg Da, da, da Das ist übrigens schon wieder dunkel geworden Echt, oh man So, ich tu mal das Eisenerz hier rein Ja, und ein bisschen Ich hab auch drei Stacks Kohle Ne, ich hab zwei Stacks Kohle Hatte meine Stacks? Ich wollte da noch nur Kohle drauf tun Wieso geht das nicht? Hatte meine Stacks? So, ich hab mal Kohle da reingetan Ja Ey, wie kann man denn noch Blöcke aufeinander fügen? Was? Wie? Kohle zusammenfügen Irgendwie ersetzt das bei mir nur Ja, das ist Ja, weil es ist, weil du Holzkohle hast und normale Kohle Ah, unergerlich Wenn du da draufklickst, dann siehst du, dass da was anderes steht, als da bei der normalen Kohle Ärgerlich, okay Ja, das ist wieder das So, ich tu auch die ganze Kohle hier in die Tour Ja, ich hab meins auch schon alles reingemacht Oh, da hab ich noch Goldblock Zack, bricht da noch drauf Diamanten packe ich da auch mal rein Wir haben Knochen, ne? Ich mach da mal große Pilze Für Pilzsuppe Aber erst, wenn's wieder hell wird, draus Wo ist eigentlich unser ganzes Steak hin? Ja, ich hab noch vier Ich hab noch vier Ja, das, äh, dann gib mir eins morgen wohl Okay Ich geb jedem eins noch dann ins Fer Ja Und dann brauchen wir morgen aber Ja, ja, ich pflanze die Pilze morgen allein Okay, lass uns mal die Nacht überspringen Hm Ich will die Pilze pflanzen Oh, Pilze, die Pilze Draußen bei Getreide müssen wir noch fackeln Ja, stimmt Hey, die letzten vier, äh, Todesn alle vom Alex Ja So, Leute Verhungert, zweimal erinnern Ich bin der Profi-Verrecker bin ich Äh, gib mir mal einer Achso, ich mach mich selber verklingen Ich habe gar nichts mehr, ihr habt alles von mir Stacks und der Standzeit Ach, wo kann man den Pilze pflanzen? Ich kann die hier gar nicht pflanzen Hallo? Äh, was? Ich kann die Pilze hier gar nicht pflanzen Doch, gib mich mal Ich zeig dir, wie das geht Ähm Na dann, zeig mal Ja Ich seh keinen Pilz Gib's ihm, gib's ihm Ich seh keinen Pilz Ich seh keinen Pilz Warte Schade, dann keine Pilze für uns Soll ich mal kurz, äh, relocken und dann gucken, ob's dann geht? Kannst du machen Ähm, okay Gleich Ich glaub, aber daran liegt es nicht Ja, ja Hier ging's Ich hab Pilze gepflanzt Oh mein Gott Ich weiß nicht, warum es jetzt auf einmal hier geht, aber What the fuck? Es geht Den Baum müssen wir wegmachen Ja, hier geht's Cool Der Baum muss weg jetzt Der Baum muss weg Der Baum muss weg Der Baum muss weg, der mit der Pilze genug Platz hat Ach, das ist auch noch richtig großartig Ach, nee Man suchst dir auch sowas raus Ja, weil es hier geht Der Pilz hat sich selbst ausgesucht Ach, jetzt bin ich in die falsche Richtung Mann, wieso muss das auch so ein großer Geht zwei Blöcke nach Ach, steht ihr die Insel, was hinter euch steht? Hm, die hier? Komische Ja, da wäre doch geil was drauf machen Eine Riesenvilla Ja Soll ich einfach mal Warte, ich mach noch den Dreck hier weg Ist das noch ein Schaufel? Ja Okay, ich mach das schon, ich mach das schon Ich mach das schon Ich bin schneller als du Wollen wir vielleicht nochmal versuchen, hier einzupflanzen? Hier wäre mehr Platz Okay, das geht echt nicht Okay, ich hab Knochen dabei Ja, doch, das geht Nimm den aber nochmal weg Weil wir brauchen mehr Platz Achtung Aua Ungenum Pilze Hey, bei mir kommen gar keine Pilze Doch, da ist einer Hätte ich auch was richtig Ja, Pilze Wenn man in so einem Pilzenhaus baut, das ist auch Übel, cool Okay, jetzt haben wir unendlich Nahrung, ne? Ja Das Problem wäre gelöst Ich muss nur noch Schüssel machen Das ist halt Wahnsinn, die Pilze so wählerisch Das ist echt Das wusste ich auch nicht Okay, jetzt den anderen Pilz Ist nur scheiße, dass man das nicht stacken kann Aber Wenn man irgendwie auf eine Hülle oder sowas geht Dann würde ich einfach sagen, dass wir von beiden Pilzen Ein paar Sorten mitnehmen Also halt nicht als Pilzsuppe Sondern einfach die Sorten so als Rohmaterial Und dann halt noch einen Becher Weil dann kann man mehr stacken Das ist eine gute Idee Die Meisterin hat gesprochen Ja, ja Wir machen noch ein paar mehr Pilze, oder? Warte Ja Meisterinnen Sachen Wie überlebe ich in einer Hülle? Ich hab noch sieben Knochen mehr Oh Wieso geht's nicht? Jetzt geht das nicht Okay, warte Aua Ne, vielleicht wegen dem Aber seit wann es in den Pilzen sind Ah, aua, aua Ich steck drin Der Pilz würde ich Hey, ich will wissen, was passiert, wenn du Wenn du wirklich durch den Pilz verreckst Dann kommt nicht, dass der Pilz dich umgebracht hat, oder? Ich glaub, dann kommt, dass du Erstickt bist Wahrscheinlich kommt, dass ich erstickt bin Ist ja langweilig Ist ja geil Mr. Powning was slain by Mushroom Das ist lustig, wie er Mr. Powning sagt Warum? Was ist eigentlich ein englischer Name? Ja, ich sag's dir was Hast du noch einen anderen Pilz? Ach, wir haben alle genug Pilze So Okay Und? Es geht nicht Ah Nochmal neu Wegen dem hier oben Vielleicht Okay Nee Oh Okay Pilze, Pilze, Pilze Das so Pilze sind wie die, die man in Holland bekommt? Wo wir's aus Bist du Dauerfett, ne? Wusstet ihr, dass man nicht mehr in holländische Coffeeshops rein darf? Ja, aus Touristenisch mehr, nein Touristisch mehr, ne? Warum? Naja, weil Weil Touristen das ausgenutzt haben Ja, lief Ach, Mann Aber wie ist das eigentlich in Österreich, die Regelung? Ich hab nämlich Hier in der Nähe ist auch so ein Laden, wo einfach so eine Marihuana-Pflanze Naja, hier Ne Mutz ist auch ein Tiroler Handforschshop, heißt er Darf man da einfach das kaufen? Ja, ich weiß nicht, ob man was verkauft Oh, hat eine Ahnung Aber auf jeden Fall gibt's da Wasserpfeifen, Bons, um die ganze Scheiße zu kaufen Aber keine Pflanzen, oder wie? Ja, jetzt offiziell nicht, nein Okay Gut zu wissen Hast du noch Bons hier? Oder warst du das letzte? Ich hab noch vier Stück Ah, okay Ich würd sagen, das nutzen wir auch auf, oder? Ja Dann hab ich genug Wir brauchen nochmal einen roten Pilz, oder? Also ich hab jetzt 24 dunkle und rote Warte, ich geb dir mal eine meine Wie geht? Sehr ladylike Hast du auch noch rote? Ähm, nein Ich pflanze jetzt mal einen roten Ah, er wächst wieder nicht Pilz, Wachs Oh, der ist sogar noch größer geworden Ich frag mich, woran man sich da orientieren muss, damit ein Pilz wächst Wie? Ja, damit man die pflanzen kann Keine Ahnung, normal geht's eigentlich überall, solange sie so genug Platz haben Aber irgendwie diesen wäre erisch, keine Ahnung Besonders Ausgerechnet die Pilze sind wählerisch Blöde Pilze Das nur an dieser Stelle? Ah, jetzt geht das hier auch nicht mehr Scheint geht das nicht an Stellen, wo man schon mal das gemacht hat Mach mal hier Geht's auch nicht Wo soll ich machen? Ja Da geht's gar nicht Ah, hier geht's Achtung Ah Ah, okay Ja, Pilz Pflanzt dich Ah Nein Oh, ah Jetzt hat's geklappt Pilze, Pilze, Pilze Pilze, pflanzt dich Die füllen noch Die komplett doch Ähm Äh, die füllen noch komplett, oder? Wie? Achso Die Pilze, pflanzt dich nicht ganz, ich glaub' Aber die füllen, aber es ist schon das, das Beste eigentlich, oder? So So So, noch zwei Baumhiel Okay Wow Oha Ich hab' noch das, nur noch die Hälfte Ich sterbe gleich, ein Pilzschlag Oh ja Also hier wird definitiv gebaut, also, und das sieht cool aus An diesem See, den du meintest Ja Kann man ja so reinbauen in den See oder so, das wäre ja cool Ich dachte an so ein Überhang aus Glas Warte, ich geb dir mal kurz meine Rote So was hatte ich mir vorgestellt Den Mal Warum? Wie viele haben wir jetzt von, ja, damit wir sehen, wie viele wir haben Wir haben 66 Rote und 39 Schwarze nữa Das sind keine Schwarzen, die sind gelb, oder? Äh, die sind blau Ja, wir müssen so pinken, äh, lila blau, so Echt? Bei mir sind die braun Oder, ja, braun also noch und so dass ich weiß nicht wie die Pilze heißen weiß wie so ist also weiß ist wirklich nicht Fliegenpilz und Champignons oh ich meinte, da sind noch mehr Stücke da kommt gar nichts mehr raus okay wir haben nur 46 dunkle leider und Bowmeer habe ich jetzt glaube ich ich habe noch vier Knochen aber es reicht eigentlich erstmal oder? ja, mach dir am besten jeder kann sich ja mal zwei Dinger machen ich komme hier nicht rein ich packe erstmal also ich dachte ich packe jetzt Pilze einfach nur da rein ja das kannst du auch machen ich habe auch noch fünf ich habe eigentlich mal die ganzen Materialien hier reingetan bis jetzt auch Holz und alles das Holz nehme ich mir wieder mit das lasse ich euch nicht wie kann man eigentlich, man kann auch so anderes Gestein bauen glaube ich das musst du in den Ofen tun ne das meine ich nicht sondern es gibt noch so anderes gepflegtes Gestein mit Muster drauf meinst du ja wie macht man das? du meinst nicht Backstein oder? ne das ist ja mit Lehm ja ich meine noch so anderes Gestein oh es wird dunkel ich finde den zurück ich weiß nicht sicher dass es nicht das ist mit wo man den Stein einfach in den Ofen rein tut und dann den Stein dann ist es ja so ein sauberer Stein wie dieser hier nein 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 den Stein und dann kann man den und die kann man dann noch verändern ah ja das meine ich okay dann mache ich das jetzt mal weil ich möchte solches Gestein haben ich habe ja viel Kohle gesammelt ich darf sie dafür verwenden wir haben auch vier Diamanten du mit einem Diamanten ich soll doch die ich habe mich gefragt sie zu finden und mich gefreut ich mache meinen Hut raus die Basis geht die Gäste sind die Gäste so die die Probe die Nähe ich habe gar nichts er kommt er wird die die Bande ich habe okay dann mache ich eine neue ja ich mache eine aber wofür brauchst du denn noch eine hier müssen noch hier müssen noch Fackeln hin für die Nacht ah es wird dunkel ach was mache ich denn hier ich habe noch Fackeln alles gut ich mache hier auch noch eine Fackel hin sieht zwar blöd aus aber es soll es geht ja nicht um das Aussehen ich mache hier auch noch mal eine das dürfte doch auf jeden Fall als Nahrungsvorrat reichen ja und die Pilze wir haben sowieso unendlich solange wir Skelette töten so Flint Metall packe ich da auch noch rein also ich habe jetzt ein Stack 64 Metall da reingetan ich möchte auch was davon haben möchte ich da nicht dass sich das jetzt irgendwer nimmt und alles wegbaut nix bekommst du weil ich es aus dem Boden geholt habe ich hatte doch auch noch eine Hake tut mir leid oh Mann nein ich habe auch eine Hake die Haken sind so voll Sand habe ich hier noch den Stick pack ich da auch noch rein oh ich habe auch Sand ein Stück mache ich dazu sollen wir nochmal in die Höhle gehen ich glaube wir haben jetzt gerade genug oder wir sollten jetzt mal langsam anfangen unsere Höhle dafür möchte ich auf jeden Fall das andere Stein auch haben ja wie macht man denn dann das andere Gestein macht man dann so ein Vierer Stack aus dem normalen Stone oder also so ein Vierer Feld ja ich glaube schon ich kann es eigentlich mal ausprobieren ist da schon was fertig ähm ja genau das wollte ich haben ha ja sehr gut sehr gut aber da muss ich dann jetzt noch warten bis das fertig wird ja kann ich sehen derzeit viel Holz klopfen aber jetzt ist ja Nacht ja sollen wir schlafen gehen mhm ja und wir wollten ja sowieso einen Cut machen ach so wird schon ja nicht schon so nicht später ok dann gehen wir schlafen zum Schluss noch eine Runde Gruppen kuscheln oh oh aber sie guckt uns nur zu wie wir nebeneinander im Bett liegen ja mit einem Messer in der Hand bei mir ist es ein Hammer echt das ist noch ein bisschen Butter ich schenke ok warte ich nehme die Wacke das wollte ich mich an ja gute Nacht